Okay, seid ihr ready, Leute? Ja, ich bin ready. 3, 2, 1... Hallo Leute und herzlich... Was war das denn, Alter? Fängt ja gut an. Okay, warte mal, nochmal, nochmal, nochmal. 3, 2, 1... Hallo Leute und herzlich willkommen zu GTA Online. Heute, zusammen mit Manu. Hi, hi, ho, hi, hi, ja, hallo. Ja, genau, mit Niklas. Ja, mit Nil. Oh Gott, und auch mit Nil. Wir müssen heute irgendeine Mission machen, so ein Attentat, aber ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Und ich fahre. Wir gucken mal, was abgeht. Warte mal. So, okay. Hat irgendjemand von euch schon mal eine Attentat-Mission gespielt? Oh Gott. Ja. Okay. Alter, in der Ego-Perspektive fährst du wie ein Besenker. Wie? Aber Ahnung habe ich trotzdem keine, also... Das ist Ewigkeit, ja. Ja, easy. Wir werden das schon packen, irgendwie. Hoff läuft schon. Wer hat gerade das Fenster eingeschlagen? Das wird direkt in Rechnung gestellt. Ja. Boah. Der war jetzt ziemlich schlecht. Warum geht die Scheibe nicht kaputt? Schlecht halt. Ich schau jetzt... Nee, immer noch nicht. Ey, hin... Tschüss. Ich schreibe. Ja, jetzt ist hinten nochmal ein Ding kaputt. Oh Gott. Mit Attentat heißt ja normalerweise, dass es leise sein wird. Oh, scheiße. Eigentlich. Wir sind nicht aufwendig. Ich würde sagen, wir sind noch nicht vor Ort, also... Also kein Problem, ja. Scheiße, ich hätte... Ich hätte echt nicht aus der Econ-Signisse rausgehen sollen. Ich hätte das... Ich hätte diesen Flip jetzt gleich gesehen. In der Econ-Signisse. Ey, meine Tür ist noch da, hä? Aber ist meine Tür noch da? Wir sind doch voll da rübergeguckt. Oh, shit. Ja, wie gesagt, ich bin ein guter Fahrer. Aber sonst passt das. Merk, man. Also, ich sag dir eine Sache, bei den Flucht... Bei den Heißen machen wir den nicht als Fluchtfahrer. Ja. Besser ist das, Alter. Ich reihe uns alle in den Tod. Gute Fahrer. Gute Sache. Der trifft so nicht schlecht. Oh, wir müssen zur Polizei. Also, unauffällig. Gott. Ist unser Auto auf jeden Fall. Ja, sehr. Ja, wir können uns halt kein ganzes Auto leisten. Kein Fall. Alter, ich fahr gleich. Auf dem Rückweg. Mann. Ich schwör's. Du siehst vor allem wie so ein Hippie-Gangster. Attentäter. Und ich seh aus wie ein Attentäter. Nee, da guck mich mal an. Okay. Oh, recht. Hey, komm da nicht runter. So. Alter. Was ist denn wehscht? Okay, was ist denn? Ich dachte, wir machen das leiser. Ja, das dachte ich auch. Ja, toll. Nein. Schon egal. Oh, Gott. Okay, wollen wir es wissen? Wir machen. Achtung da drüben. Komm noch. Gehe zu den Gefängniszellen. Alles klar. Okay. Sind die überhaupt hier? Wir bewachen hier oben. Jemand soll runter. Wo seid ihr denn, Alter? Wir sind bei den Gefängnissenzellen. Wir sind hier oben. Wir haben gar kein System. Wir sind unten da. Müssen wir hin? Die sind da drüben. Ihr müsst mit der ersten Tür rechts oder ersten Gang rechts. Jetzt hier runter? Die sind unten. Ja, okay. Die sind unten. Okay, super. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Die Frau da. Wie ist meine Frau da? Da war nie einer. Jetzt nicht mehr. Wir haben nichts gesehen. Okay. Müssen wir hier irgendwas machen? Computer. Wie ist denn die Tastatur? Hä? Weiß nicht. Ja, die Tastatur. Das ist eine neue Jump-Tastatur. Ja, genau, Alter. Das ist ja übelgeil. Alter, hat mich der scheiß SWAT-Toniert. Das schaltet das Ziel aus. Äh, das... Warte, warte, warte. Hä, das ist dahinten? Ah, null. Leute, ihr dürft nicht mehr sterben. Hallo. Oh. Das war ausgeschaltet. Okay, schnell weg. Oh Gott, Achtung. Alter, ich hab übel Damage bekommen. Oh Gott. Alter, ich wär fast gestorben. Oh, oh, hier ist SWAT und alles, Alter. Seid ihr fast oder seid ihr gestorben? Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ich bin tot. Alles ob. Mission failed. We'll get up next time. Das ist ja super. Ja, ey, 2000 bekommen. 2000. Ich glaub, in Zukunft machen wir nur noch als Nebenmission hier das Deadline mit dem Motorräder. Das ist, glaub ich, besser. Warte mal, können wir das nicht noch machen? Warte, wir versuchen mal an. Vielleicht ist das einfacher. Wir haben eins schon nicht geschafft. Egal, zweimal, es wird immer einfacher. Passt schon. Wir kennen es nicht, also das Puzzle 2 ist auch einfacher als das erste Puzzle. Genau, ja. Ja. Also, da mein Kind jetzt Fahrverbot hat, fährst du? Ja. Stimmt, ich hab Fahrverbot. Mein Ausweis wurde entzogen. Genau. Ich schwör dir, sobald ich auf den RPS-Server, wenn du auf den RPS-Server kommst, ich werd Bulle und werd dich wegen jeder kleinen Scheiße nochmal in Clust stecken. So, warten wir heute mal mit was anderem. Ne, dann sind wir das gleich auszutreten. Raus. 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 Okay, warte mal. Ich glaub, wir sollten... Egal, ist mir egal, wir fahren in zwei Teams. Ja, egal, das sollten wir. Wer will bei mir mitfahren? Wer will bei mir? Okay, Neil accepte die Challenge. Achso, warte mal, scheiße, du kannst gar nicht rein, warte mal. Anno, schlag mal raus. Ja, aber Freund, achso, wir sind natürlich noch keine Freunde, ne? Ja, ich fahr mein Fahrzeug. Perfekt. Okay. Okay, ja, wir fahren, oder? Wir warten nicht auf dich. Ja, wir machen uns das. Du kannst unterfahren. Nicht für's. Nein. Warst du getötete Scheiben? Ja. Du musst dich einfach fies auf die Reife legen. Du bist aus wie Clubbo. Ja, genau. Irgendwie so ein bisschen. Ey, also ihr könnt gerne auf mich schießen, aber ich hab schusssichere Reifen. Ja, die Fenster waren nicht unser Ziel. Nein! Die Fenster? Das sind gepanzerte. Ja, die sind aber wieder kaputt. Sieht nicht so aus, ne? Oh Gott. Nee. Warum bin ich nicht gefahren? Ja. Das könnt ihr noch ändern. Ja, okay, noch ein so, äh, noch so ne Barrel Roller. Ja. Das muss ich nicht zippen. Alter. Ich glaube, es ist besser, wenn du da bist. Jetzt. Hier? Ja, ich muss auch Motorrad erst bestehen. Oh, ich schalte aber auf meiner Waffe. Scheiße. Ach, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich hab den, komm mal mit. Oh, wir sind fast gleichzeitig mit ihm angekommen. Ja, ja, definitiv. Also, ihr seid immer noch nicht über den guten Weg hier rein. Ich versteh's nicht. Äh, ich will ja sobald ich mir den Schalter auf meine Pistole machen, kann mal ich das. Also, wir fahren hier hinten rein. Das ist der beste Weg jetzt durch. Ja, ich trau dir, ich hab keine Ahnung. Müssen wir jetzt auch so machen oder einfach schießen? Äh, so schießen. Wenn du den jetzt, wenn du den jetzt komplett abknallen willst, dann, dann sind wir verdächtig geworden. Ja. Ich, komm, wir nehmen den super Weg. Ich hab ein Gewehr mit Schalldämpfer. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, genau, der Typ muss erst mal noch sterben, der da drin ist. Spaß, ich hab dich so in die Irre geführt. Ha, Prank. Ja, siehst du den Typen da drin? Ja, genau, den musst du mit dem Schalldämpfer abschießen. Ja, der in dieser Hütte steht da. Der müsste noch sterben, bevor wir, bevor ich da hinten gehen kann. Ah, ist schon, oh, ist schon tot, ich bin dumm. Tut mir leid. Oh Gott, ich bin auch runtergekommen. Okay, aber ich hab hinten auch schon abgesichert. Oh ne, ich kann nicht schwimmen. Ähm, richtig ekelhaft, ja. Sprinten ist einfach nur geradeaus schwimmen und dann W und S ist hoch und runter quasi und D und D ist schwimmen. Oh mein Gott, ich hab... Äh, dann tauch rauf. Äh, so, ich hab hinten alles abgesichert. Das ist einfacher gesagt als getan. Wir haben ja alles abgesichert, ja. Äh, ich hab hinten, ich meine vorne, ich meine vorne. Wir haben ja alles abgesichert. Ja, ich hinten. Vorne. So, Sniper nehmen und weiter vorrücken. Ich muss aufpassen, dass ich nicht meine besseren Sniper nehmen, weil die keinen Schalldämpfer haben. Scheiße. Naja, einfach drauf. Wir können auch einfach da rauf gehen. Man kann die ganzen Leute hier gar nicht in die Luft bringen, wie langweilig. Viel Spaß. Ja, also ich bin mir sicher, dass deine Explosive-Munition sehr sicher schallgedämpft ist. Nee, die ist nicht in die Haare brauchen. So, ich nimm mal auf, meine Sniper. Ich hab keine Sniper. Der Eugel, da ich abschießen kann. Der steht da hinten? Der steht da hinten, gell? Jetzt nicht mehr. Aha. Junge, ich hab gar keinen Plan, also. So, Achtung, folgt mir einfach, folgt mir einfach. Wo sind die anderen Rüben hier drin? Ja, da ist noch einer. Alter, die sind übel gut getan. Wir müssen nämlich nach unten und dann müssen wir nämlich nach da vorne hin. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Oh. Gott, Leute. Ach, wir haben ja noch null Leben. Mann, wieso bin ich denn so stupt? Alter, ich bin jetzt da direkt vor denen gespawnt. Aber die haben mich noch nicht gesehen. Da drüben steht ja einer bei den Teams. Den kann ich ja direkt mal abschießen. Danke, Alter. Ich seh aber irgendwie auch niemanden nicht. Ich bin irgendwie halb blieb, Junge. Okay. Dann wird man anscheinend jemand angezeigt, der auf der Map gar nicht existiert. Ja, bei mir. Doch, der ist da irgendwo drin. So, der ist jetzt tot. Okay. Der, der unter mir steht, fuchst mich irgendwie die ganze Zeit. Ja, jetzt ist er länger. Ah, perfekt. Der ist weg. Okay, alle sind ausgestaltet. Perfekt. Da kommt man hier hinten zu mir. Hier ist ein Gang, wo wir hochgehen können. Perfekt. Man sollte nicht draußen mit dem Auto fahren. Ich schon. Ich hab einfach nur so die Reifen quietschen gehört. Ich bin nämlich sonst kein Weg ins Gebäude. Ja, du musst ins Wasser springen, aber du kannst mittlerweile hier vorne rein. Müssen wir hin? Hier drüben? Okay. Nee, nee, komm zu mir her. Äh, kannst du auch da hinten. So, und da ist unser Ziel. Ja, das können wir auch lautereisch halten, also. Darf ich auch mit rein? Achto, pass auf! Ich bin tot. Nein! Nein! Du sagst es mir noch! Oh Gott! Alter! Nein! Das kann doch nicht wahr sein, dass wir nichts zustande bringen. Oh, Ziel ist tot. Oh doch, ihr habt... Ja, okay, dann raus. Kommt, kommt, kommt. Ich hole euch ab. So, Leute, wir sind jetzt noch im Deadline-Modus. Wir wollten einfach auch noch mal kurz ein bisschen was sonst spielen, dass wir vielleicht einigermaßen, äh, können... Oh, ich... No. Mann, Mann, Mann! Was müssen wir noch machen? Ja! Kannst du nochmal wieder hoch leben lassen können. DieIsse! Och, Gott! Das fängt schon gut an! Wir sind auch tot. Alter, das ist doch nicht wahr ... Das ist doch nicht wahr ... Ja, das wird mein Tod werden. Oder nicht? Wer ist da gerade aus der Röhe rausgekommen hier, Digga? Wer ist es überhaupt? Welche Farbeart? Tätowien ist Pink, Grün ist Grün und Niel ist Lila. Nein. Was? Wie? Keine Speed? Ich hätte glaube ich schon eine Speed gehabt, aber ich habe es nicht genutzt. Nein, 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 geht nicht zu nah, mag ich nicht. Wann ist Daydew immer gestorben? Keine Ahnung, irgendwann. Am Anfang. Ich bin schon wieder 200. Irgendwann ist wohl die... Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich sehe schon wieder kommen. Ich einfach in die Linie auch noch reingeschwungen bin, weißt du? Schick dumm. Ja, ich bin... Das ist doch so dumm. Als ob ich jetzt nach unten fahren würde. Dumm bin ich doch selbst. Gegen eine Wand gefahren. Genau, deshalb bin ich nicht runtergefahren. Das hält sich doch ganz schön knapp zusammen noch. Super Sache, ne? Momentan. Oh mein Gott, das war... Alter. Das war so ein Cooplay. Oh mein Gott, das war... Alter. Das war so ein Cooplay. Was machst du denn? Fuck. Niklas. Nein, ich habe dasselbe gemacht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Fuck. Ich bin doch an der Marsch. Ich bin Anger. Alter. Das war so knapp gerade. Gott. Was? Unten durch? Ja, okay. Hier kann man drunter durch. Ich... Ja, nein. Nein, was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Ich bin so ein Idiot. Ich habe mich einfach nur selbst umgebracht in dieser Runde. Stabil. Ja, das muss man auch können, Alter. Hello. Naja, ich habe trotzdem die meisten Punkte. Ich bitte fahr rein. Mann, fahr doch rein. Mein Gott. Oh, leck mich mit deiner dummen Linie, die direkt hinter so einem dummen Tunnel kommt. Oh, oh, das ist mein Tod. Oh Gott, jetzt habe ich wieder so eine dumme Scheiß-Slowmo-Geschichte. Ja, Junge, ich muss das halt benutzen. Ich will das auch nicht die ganze Zeit haben. Musst. Ich muss. Oh. Haha. Durch das, dass ich nicht immer gestorben bin, habe ich jetzt auch jemanden getötet. Krassache, ne? Mhm. Äh. Schön, 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 schön. Ah, fuck. So ruft Karma, so ruft Karma. Warum denn? Ja, bei mir. Alter, ich muss mal aufpassen, ich habe nur noch ein Leben. Scheiß. Ich scheiße, ich habe auch nur noch eins. Naja, zwei Leben, wenn man es so sieht. Ja, okay, ja, stimmt. Diesmal bin ich erst. Ach, das ist grün, ne? Ja! Ja, endlich! Also, ehrliche Sache, wenn ich... Endlich habe ich dich jetzt gewohlt. Ja, klar. Wenn ich eins aufnehme, also, beziehungsweise, wenn ich aufnehme, dann... Oh! Irgendwie die alte Karte, dann bin ich besser drin. Ja, stimmt. Hm. Ah, ne, ich will nicht. Oh Gott. Na! Ah! Ah, leck mich doch. Die Augen, das hättest du sehen. Du bist geil und meine Linie haben sich einfach genau gekreuzt dadurch. Es sah bestimmt so legendär am Ende aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht hingeguckt. Oh mein Gott. Ja, ja, ich habe es so gesehen. Fahr doch rein! Was? Was? Wie kannst du noch leben? Wie kannst du noch leben? Wie kannst du noch leben? Weiß ich mich gerade auch? Wie kannst du noch leben? Da! Ja! Ich bin da sogar noch durchgekommen! Oh Gott. Du verarsch. Ich weiß es selbst nicht, aber... Ey, Manu, aber wie hast du das geschafft? Ich habe mich auch bei dir gefragt. Also, ich habe ich halt irgendwie umgedreht davor nochmal. Und dadurch habe ich dann irgendwie noch deine Linie nicht berührt. Geiße. Mann! Ach ne! Ich bin tot. Was machst du denn? Okay, nur noch... Und dann waren es nur noch drei. Oh, ich sehe sogar Tatrym als Leiche. Mann, der Hand schmettert. Leichenschänder. Was? Ich habe sie noch angeguckt. Ja. Sagen sie alle. Nein, 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 nein! Oh Gott! Ich geh zu deiner Großmutter. Nein! Ich hab mich so eben selber hingeschwert. Was mache ich denn? Bitte find deine eigene Linie. Ich will sie zusehen. Es wird so... Scheiße! Ja! Nein! Effektiv selber eingesperrt. Ey, das war alles... Ey, das war alles... Oh Gott! Ich hasse es. Das war super IQ-Leistung heute immer wieder. Oh! Oh! Was? Ja! Ja! Ich bin aber Arsch! Nein! Ja! 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 Du hast... Sag dich zu willkommen! So ist es. Warum ist leider schon wieder meine dumme Linie, die mich nervt? Vielleicht halt. Wenn du dich wieder einsperrst. Nein! Nein! Das ist jetzt nicht wahr! Das ist nicht wahr! Oh, zum Glück hattest du das Item ein, weil ich dachte schon. Ja! Ja! Das kann doch jetzt nicht wahr sein! Ach komm! Jetzt fahrt ihr beide aufeinander zu und wir zuerst ausweist Feige. Was? Was? Ja! Das eigene Leben! Ich hätte einfach geradeaus fahren müssen. Ich würde sagen, jetzt nehme ich auch. Ich habe halt noch ein Leben, also ich kann mich auch opfern und einfach da im Kreis fahren. Ja! Ich hätte halt so hart meinen dummen Sprung nehmen müssen. Sollen. Oh Gott! Hätte ich auch gestoppt. Okay, Leute. Ich würde sagen, jetzt nehme ich auch. Genau. Ich hätte die meisten Kills. Wu! Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge GTA Online. Zusammen mit den ganzen Jungs hier. Alle sind in der Videobeschreibung verlinkt und wahrscheinlich auch in der Endcard. Deswegen schaut bei ihnen vorbei und dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Z Details bei mir untertitelt. Ok, jetzt sehen Sie. Das ist� question. Zum back. Zum back. Los wie zum tsch Vorabiet er wiederbeizet haben. Hier durchbauen wir einen Amen per verge mit시� Da sind einfach meine Weiler Jordan.